Seit sieben Jahren sind Oliver und Amira Pocher ein Paar, seit 2019 verheiratet, nun kämpft das Paar um seine Ehe. In ihrem Podcast offenbaren die beiden Details zu ihrer Liebeskrise. Das verflixte siebte Jahr macht ihnen gehörig zu schaffen. In den vergangenen Tagen kursierten immer mehr Schlagzeilen um eine möglicherweise bevorstehende Trennung von Comedy-Star Oliver Pocher und dessen Ehefrau Amira Pocher. Der Anlass? Ein Insider soll dem Star-Magazin Bunte gesteckt haben. Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr. Nun gehen die beiden in der jüngsten Folge ihres gemeinsamen Podcasts. Die Pochers überraschend auf die Krisengerüchte in und offenbaren. Tatsächlich läuft es bei ihnen gerade alles andere als rund. Was ist los in unserer Ehe? Startet Uli in den Podcast. Und es wird relativ schnell klar, dass das Paar selbst, noch, nicht konkret benennen kann. Was genau der Auslöser für die Eheprobleme ist? Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht. Aber so ist es. Und die Stimmung sei schon eine ganze Weile angespannt, wie Amira weiter ausführt. Das Ganze ist ja nicht erst seit gestern bei uns. Wie es künftig in ihrer Beziehung weitergeht, sei aktuell noch vollkommen unklar. Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen, so Amira weiter. Erst wenn die beiden sich über die aktuelle Situation im Klaren seien, könne man das miteinander sauber weiterlaufen lassen. Alleine schon für die Kinder. Liegt vielleicht gerade hier das Problem? Die Pochers und ihr Patchwork leben. Was hat Olis Ex-Ails Sandra Malwölden mit der Trennung zu tun? Die beiden gemeinsamen Kinder mit Amira sind nämlich nicht Olis einziger Nachwuchs. Der 45-Jährige hat drei weitere Kinder mit Ex-Frau Elis Sandra Malwölden. Die dadurch, zwangsläufig, ein fester Bestandteil ihrer Ehe ist. Und damit auch ein Störfaktor? Zumindest gab es simultan zu den Krisengerüchten auch einige Spekulationen hierzu. Damit räumen Oli und Amira in ihrem Podcast jedoch ein für allemal auf. Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation, so Oli. Stattdessen gehe es um Dinge, die im Alltag passieren, oder eben auch nicht passieren.